Es gibt zwei Wege durchs Leben. Den Weg der Natur und den Weg der Gnade. Man muss sich entscheiden, welchen man geht. Zwei Krokodile. Um in der Welt voranzukommen, braucht man einen starken Willen. Komm, schlag mich. Schlag mich. Mach schon, Junge. Er hat Angst vor dir. Du hast Erwartungen an ihn, die nur ein Erwachsener erfüllen kann. Ich wollte immer nur, dass du ein starker Mann wirst. Dein eigener Herr bist. Vater, Mutter, ewig ringt ihr in mir. The Tree of Life. Jeder hat sein Schicksal in der Hand. Freitag, 5 nach 8 auf S1. Willkommen zu Hause.